2024 wird das Jahr, in dem Werbeblocker in Chrome-Browsern, also Google Chrome und die ganzen darauf aufbauen, wie zum Beispiel Edge, eingeschränkt werden. Alarm! Was genau dahinter steckt, erfährst du mit allem, was du zum Thema wissen solltest in diesem Video. Es geht um Manifest-Version 3. Nein, das ist nicht gestorben, weil wir lange nichts davon gehört haben. Im Gegenteil, das kommt 2024 wieder zurück. Zum Verständnis. Eine Manifest-Datei liefert grundlegende Metainformationen zu einer Browser-Erweiterung, das heißt der Name zum Beispiel, die Version, welches Symbol angezeigt werden soll und natürlich auch, für welche Webseiten diese Erweiterung geladen werden soll. Diese Informationen wurden lange Zeit in der Version 2 des Manifests angegeben, bis Google Anfang 2019 den Nachfolger Version 3 ankündigte. Er soll vor allem Sicherheit und Datenschutz sowie die Leistung im Browser verbessern. Die wichtigsten Änderungen von Manifest-Version 2 auf 3 liegen darin, dass die Möglichkeiten wie eine Erweiterung auf die Inhalte von Webseiten, die ihr im Browser aufruft, zugreifen kann, eingeschränkt wurde. Außerdem können Erweiterungen keinen externen Code mehr nachladen. Für alle Werbeblocker als Browser-Erweiterung bedeutet das, sie haben weniger Möglichkeiten, um die Werbung zu erkennen und zu blockieren. Außerdem können sie die Filterlisten, die angeben, was eine Werbeanzeige ist und somit blockiert werden soll, nicht mehr selbst nachladen. Das machen die Erweiterungen nämlich ständig. Alle paar Stunden gucken sie, ob es da neue Filterlisten gibt, die neue Werbeanzeigen erkennen und holen die sich selbstständig. Außerdem könnt ihr keine zusätzlichen Filterlisten mehr hinzufügen. Grundsätzlich betreffen diese Änderungen mit Manifest-Version 3 auch andere Erweiterungen, die Einfluss auf sämtliche besuchte Seiten nehmen möchten. Das können zum Beispiel Erweiterungen sein, die die Seiten für Kinder filtern sollen oder aber auch die sogenannten Sicherheitserweiterungen aus der Branche der Antivirenprogramme. Die sind aber schon als Antivirenprogramme ziemlich fragwürdig, weil sie zum einen die Angriffsfläche durch oft schlampig programmierte Software deutlich erhöhen. Und daher sind die Browser-Erweiterungen, die da versuchen, überall reinzugucken, oft auch von schlechter Qualität. Und manch einer wurde sogar schon dabei erwischt, wie man damit bewusst die Daten der Kunden im Browser sammelt, was ja durchaus sensible sein kann, und die verkauft, um noch mehr Geld zu verdienen. Dass das mit Manifest-Version 3 eingeschränkt wird, ist also eine gute Nachricht und schafft wirklich etwas mehr Sicherheit, ganz im Gegensatz zu anderen Erweiterungen wie zum Beispiel Werbeblocker, die ja grundsätzlich durchaus nützlich sind. Ist Google also böse und macht all das bloß, damit ihr mehr Werbung konsumiert? Es ist sehr offensichtlich, dass Google einen Großteil seines Geldes damit verdient, einen Haufen Daten von euch zu sammeln und mit denen anschließend personenbezogene Werbung zu verkaufen. Aber es geht um mehr. Grundsätzlich haben Browser-Erweiterungen sehr viel Kontrolle über den Browser und können das natürlich auch missbrauchen, zum Beispiel euch auf eine verseuchte Seite umleiten oder eure Passwörter stehlen. Und das ist nicht nur hypothetisch, dass jetzt irgendwelche Sicherheitsforscher das angeguckt haben und gesagt haben, ja, das könnte theoretisch irgendwie irgendwo irgendwann mal passieren. Es gab schon etliche reale Fälle, in denen schädliche Erweiterungen entdeckt wurden und das oft erst, nachdem sie eine beachtliche Verbreitung und damit auch einen großen Schaden verursacht haben. Bereits 2020 hat Google über 500 schädliche Erweiterungen aus ihrem App-Store für Chrome entfernt, nachdem Sicherheitsforscher diese geprüft und gemeldet hatten. Im August 2022 wurden bei ähnlichen Recherchen 79 Stück entdeckt, die insgesamt 33 Millionen Mal heruntergeladen wurden. Man könnte hier noch viel mehr und auch ältere Beispiele ausführen. Fakt ist, man kann vergleichsweise einfach schädliche Erweiterungen im Web-Store von Chrome hochladen und damit viel Schaden verursachen. Google selbst unternimmt recht wenig dagegen. Bereits 2016 bezeichnete ein IT-Student den Prozess zur Erkennung von Schad-Software in Chrome Web-Store als Witz. Die Erweiterungen können mit einem Klick alle Webseiten des Nutzers einsehen und sogar manipulieren. Er kritisiert, dass Google keinerlei Überprüfungen durchführt und fordert außerdem quelloffene Software für mehr Transparenz. Dem stimme ich grundsätzlich zu, schon mit Kontrollen und mehr Transparenz könnte man das Problem deutlich reduzieren. Doch diese einfache Lösung, die scheint von Google nicht erwünscht zu sein, denn solche Prüfungen, die würden ja in jedem Falle Geld und Ressourcen kosten, also macht man es sich vermeintlich einfach und schränkt die Erweiterungen ein. Es muss gar nicht primär das Ziel gewesen sein, Adblocker damit schlechter zu machen, vielleicht ist das einfach bloß ein positiver Nebeneffekt. Und Manifest Version 3 wird im jetzigen Stand definitiv Folgen für die Werbeblocker haben. Werfen wir einen Blick auf den verbreitetsten, qualoffenen Werbeblocker uBlock Origin. Der hat sich nämlich dazu schon mal geäußert und sogar eine eigene Erweiterung für Manifest Version 3 entwickelt, die heißt uBlock Origin Lite. Man kann es am Name schon erahnen, diese Lite-Version ist eine Art abgespecktes uBlock Origin und soll die Hauptversion ohne Lite gar nicht ersetzen. Es gibt wie anfangs erwähnt keine eigenständig gepflegten Filterlisten mehr, man kann auch keine eigenen Elemente mehr blockieren, also mit Rechtsklick könnte man ja, wenn die Werbeanzeige durchgeht, die blockieren, das geht nicht mehr. Es gibt auch keine Einstellungen mehr auf Seitenbasis und man kann keine kompletten Seiten mehr blockieren. Ebenfalls entfernt wurden die verschiedenen Modi, um z.B. JavaScript oder Drittanbieter-Anfragen zu blockieren. Das neue Manifest Version 3 soll definitiv Mitte 2024 kommen. Nachdem es massive Kritik gab und wir auch eine Pandemie hatten, entschloss Google, die Pläne für Manifest Version 3 einige Zeit auszusetzen. Ansonsten wäre der Wechsel schon längst abgeschlossen. Ab Juni 24 werden Manifest Version 2 Erweiterungen erst in den Test- und Entwickler-Versionen abgeschaltet und man kann keine neuen mehr installieren. Man plant damit, dass etwa einen Monat später das Ganze produktiv gehen soll, also für alle Nutzer ausgerollt wird. Ein Stück weit ist Google auch auf die Kritik der Entwickler eingegangen. So hat man z.B. verschiedene Limits für die Regelsätze zur Filterung erhöht. Z.B. 30.000 dynamische Regeln statt wie bisher nur 5.000. Die Entwickler begrüßen diese Lockerungen, doch ihr Grundsatzkritik bleibt bestehen. Das System sei zu restriktiv und die Entwickler von den Erweiterungen sind vom Wohlwollen des Konzerns abhängig, um jetzt und auch zukünftig auf Werbung reagieren zu können. Um das mal einordnen zu können, ein frisch installiertes U-Block Origin fügt bereits jetzt über 100.000 Netzwerkfilter hinzu, plus nochmal etwa 50.000 kosmetische Filter. Das Ganze ist ein massives Projekt, weil alle Erweiterungen umgestellt werden müssen, also nicht nur Werbeblocker, die trifft es halt nur von den Einschränkungen her am meisten. Und das hat nicht mal bei den hauseigenen Produkten geklappt. Ende 2022 wurde eine Auswertung von 1.200 Erweiterungen durchgeführt, die alle in Chromes Webstore liegen. Dort nutzten zwei Drittel noch Manifest Version 2. Unter diesen 1.200 waren auch 12 von Google, von denen hatten nur 3 schon auf die Version 3. Umgestellt, die restlichen 9 waren weiterhin noch auf Version 2. Die Migration geht zwar konstant weiter, aber läuft ziemlich schleppend. Noch nicht mal die Hälfte aller Erweiterungen sind auf Version 3 portiert. Das heißt auch, dass Erweiterungen, die nicht mehr aktiv von Entwicklern gepflegt werden, dass die dann ab Mitte, Ende des Jahres voraussichtlich nicht mehr funktionieren werden. Wer mit diesem ganzen Manifest Version 2, Version 3 nicht einverstanden ist, der kann die Einschränkungen auf zwei Arten umgehen. Die letzte freie und plattformübergreifende Browser-Alternative Mozilla Firefox hat Manifest Version 3 zwar eingebaut, aber hält sich nicht vollständig an Googles Beschränkungen. Dadurch sollen Inhaltsfilter wie Werbeblocker, also uBlock Origin zum Beispiel, weiterhin uneingeschränkt funktionieren. Die andere Alternative sind Browser, die einen Werbeblocker eingebaut haben, also nicht als Erweiterung nachrüsten, wie zum Beispiel Brave. Ich persönlich würde den Firefox empfehlen, denn dieses Monopol mit Google, das hat schon einige Geschmäckle und auch Probleme verursacht, das sollte aus meiner Sicht nicht unterstützt werden. Ihr seht also, das Ganze wird negative Auswirkungen auf Werbeblocker haben, zumindest für alle, die Chrome nutzen, dennoch ist das Thema komplexer. Man kann darüber streiten, ob das nun Googles primäres Interesse ist, hier was gegen die Werbeblocker zu tun. In jedem Falle passiert das als Kollateralschaden. Ich als Firefox-Nutzer schaue gespannt mit Popcorn zu, doch was denkst du? Schreib's gerne auf YouLabs, die ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.